Die Stimulation Prime Pro X. Alles was ich von der Pro X haben wollte, was die Pro X aber nicht sein konnte. Ob die Pfeife ihr Geld wert ist, welche Feature sie mitbringt, ob die Qualität in Ordnung ist, wie das Rauchverhalten ist, all das jetzt in diesem Review. Die Stimulation Prime Pro X. Ja Leute, willkommen zurück zu diesem Review. Wie gesagt, heute die Stimulation Prime Pro X. Wir hatten ja letztens schon ihren größeren Bruder, ihr Vorbild sozusagen auf dem Kanal in einem Review. Die Stimulation Pro X war eine Vierschlauchpfeife. Stimulation Qualität, da muss man gar nicht mit drüber reden. Beziehungsweise, naja, wir müssen schon drüber reden, wir wollen ja noch wissen, ist die hier genauso gut. Aber die Stimulation Pro X war eine sehr krasse Pfeife, die viele Feature in eine Pfeife reingepackt hat, vieles in ein Modell vereinigt hat und vieles richtig gemacht hat, aber für mich ein paar Dinge falsch gemacht hat oder zumindest nicht das an einer Pfeife war, was ich von einer Pfeife will. Und jetzt kommt die Prime Pro X. Und alles, was ich von der Pro X wollte, was sie aber nicht sein konnte, das ist die Prime Pro X für mich. Die Pro X, die ich haben will, die ich haben wollte und jetzt endlich habe. Also, was hat mich an der Pro X gestört? An sich eine super gute Pfeife, die Leute, die das Review gesehen haben, die wissen Bescheid. Es ist eine hervorragend gefährdete Made in Germany Pfeife mit einer kranken Qualität, mit super vielen Featuren, die dabei sind. Aber es ist eine Vierschlauchpfeife, es ist eine sehr große Pfeife, eine sehr schwere Pfeife. Alles Dinge, die an sich natürlich nichts Schlechtes sind, für Leute, die das wollen, sogar perfekt sind. Aber für mich persönlich war es nicht die optimale Stimulation. Weil, ich bin der Meinung, man sollte sich alleine eine Pfeife machen. Jeder sollte sich den Kopf genauso bauen, wie er will, genau das Setup haben, das er will. Und deswegen sind für mich Einschlauchpfeifen besser als Mehrschlauchpfeifen. Klar, es gibt Situationen, da kommt mal ein Kumpel vorbei, der raucht nicht so viel, es lohnt sich nicht, eine eigene Pfeife anzumachen. Dann hängt man einen zweiten Schlauchanschluss mit dran und dann läuft das Ganze. Bei mir kriegen die Leute eine eigene Pfeife. Und ich verstehe, wenn ihr sagt, nee, bei mir nicht. Und dann ist vielleicht die Pro X was Interessanteres für euch, aber bei mir ist das eben so. Und deswegen, die Prime Pro X, für mich vielleicht die bessere Stimulation. Sie kommt mit einem Schlauchanschluss, mit einem schönen Entlüftungssystem, mit gewohnter Stimulation-Qualität, aber auch mit einem gewohnten Preis-Premium. Das ist natürlich klar, es ist eine Luxuspfeife made in Germany. Dass die nicht ganz billig ist, das ist klar. 279 Euro kostet die Pfeife. Dafür kriegt man die Pfeife und einen Schlauchanschluss. Kein Schlauch, kein Mundstück, kein Standardkopf. Aber ich denke, die meisten Leute, die sich eine Stimulation kaufen, die so viel Geld dann für eine Pfeife ausgeben, die haben das meiste bestimmt schon zu Hause. Aber ich würde sagen, wir gehen ganz normal unsere Review-Punkte entlang. Den Lieferumfang, den hatten wir eben schon kurz. Ihr bekommt die Pfeife und einen Schlauchanschluss. Das war's. Den Rest müsst ihr daheim haben oder euch dazukaufen. 279 Euro kostet euch dann das Ganze, wie es hier steht. Wie gesagt, ohne den Schlauch, ohne mein Mundstück, ohne Kopf und ohne Kopfaufsatz. Der nächste Punkt auf unserer Review-Liste ist die Qualität. Und die Leute, die mein Fertigungsvideo gesehen haben, wir waren mal bei Stimulation in der Fertigung in der Fabrik, wo die Stimulation-Pfeifen hergestellt werden und natürlich auch diese Pfeife hergestellt wird. Und die Leute, die das Pro X Review gesehen haben, die wissen, Stimulation-Qualität ist einfach mit das Beste, was man bekommen kann. Es gibt andere Marken, die kommen ran, aber es gibt keinen, der drüber liegt. Und das ist halt schon sehr krass. Es ist eine super gut gefertigte Pfeife in Deutschland, mit deutscher Qualität, in einem deutschen Maschinenbauunternehmen. Sie hat folgende Feature. Sie hat hier das Stimulation-Purchsystem, wo wir den Blow-Off umstellen können. Da kommen wir aber im Design nochmal drauf. Und sie hat das gewohnte 360-Grad-Klick-System, was wir auch schon von Stimulation kennen. Das 360-Grad-Klick-System fühlt sich sehr, sehr gut an. Also es hat kein Spiel hier unten. Es sorgt dafür, dass man die Base hier ganz einfach drehen kann, wenn man das mal braucht, auf einem Schreibtisch oder so. Wenn man zum Beispiel das Logo immer schön zu sich drehen will, kann man das machen. Wenn ich jetzt das Logo zur Kamera drehen will, aber den Schlauchanschluss trotzdem hier hinten haben will, damit er nicht hier vorne im Bild rumfliegt, kann ich das eben auch machen, was sehr nice ist. Das 360-Grad-Klick-System hat einen Mini-Mini-Nachteil, der über die Jahre aber deutlich besser geworden ist. Bei den alten Stimulations konnte man hier ordentlich an der Rauchsäule wackeln. Wenn ich jetzt hier dran wackele, ihr seht, ein ganz klein bisschen Spiel ist auf jeden Fall da. Muss aber auch sein. Ohne Spiel könnte sich natürlich die Base hier nicht drehen. Wenn da kein Spiel wäre, würde ja Metall auf Metall schleifen. Und das wäre ja nicht so geil. Deswegen, das bisschen Spiel, das da ist, das muss da sein. Aber die Spaltmaße sind enorm gering. Enorm gering? Sind extrem gering. Also es sind fast keine Spaltmaße da. Ihr habt fast kein Wackeln hier mit der Rauchsäule. Und das, obwohl ihr die Base drehen könnt. Was diese Stecksysteme mit nochmal Steckadapter angeht, ist das 360-Grad-Stecksystem wahrscheinlich das fortschrittlichste, das es gibt. Es ist eigentlich eine Steckpfeife. Man kann sie natürlich trotzdem nicht auf Steckbolts packen, weil man hier diesen Anschluss braucht an der Stimulation Base. Ich mag es gerne, vor allem mittlerweile. Früher war es ein kleiner Nachteil für mich bei Stimulation Pfeifen, weil man halt ein bisschen mehr Spiel an der Rauchsäule hatte. Also das hier hat sich früher ein bisschen mehr bewegt. Aber spätestens seit der Pro X ist das tip top. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass die Pfeife irgendwie krass wackelig wäre oder so. Das System macht, was es soll, ohne für irgendwelche Nachteile zu sorgen. Außerdem habt ihr natürlich einen 18.8er Kopfschliff, ganz normal. Da ist auch noch eine kleine Dichtung drin. Das heißt, den Kopf bzw. den Kohleteller könnt ihr auch noch ein bisschen drehen, wenn ihr das wollt. Zum Beispiel, wenn ich hier das Somo-Logo von dem Alpaka noch ein bisschen in die Kamera drehen will, dann kann ich das machen ohne Probleme. Aber es ist nicht so, als ob ihr die Pfeife bewegt und der Kohleteller dreht sich auf einmal mit oder so. Das hat einen sehr, sehr schönen Punkt erwischt, zwischen zu fest sitzen, aber immer noch leicht genug sein, um sich drehen zu lassen. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist das Design. Und das ist halt ein Punkt, wo Stimulation bei mir persönlich immer punkten konnte. Ob euch das gefällt, das müsst ihr natürlich wieder selbst wissen. Wie immer, Leute, eine Pfeife muss euch gefallen. Ich kann euch nur kurz erzählen, ob sie mir gefällt und warum sie mir gefällt oder warum sie mir nicht gefällt. Aber im Endeffekt ist das relativ egal, was ich sage. Wenn euch eine Pfeife gefällt, dann ist das so. Dann müsst ihr wissen, was euch gefällt. Aber für mich die Stimulation absolut legendär, was Design angeht. Ich stehe auf mittlere bis kleine Pfeifen, die sehr schön simpel, aber elegant designt sind. Und genau das ist die Stimulation. Die Bowl ist wahnsinnig schön geformt mit diesem kleinen Cutout hier. Der Rest in Frosted. Es gibt übrigens noch drei weitere Bowls. Das Mattschwarze, das ich bei der Pro X habe. Ein Clear und ein Clear mit einem goldenen Streifen. Sehen alle sehr, sehr schön aus. Da ich die Pro X in dem Schwarzmatte habe, dachte ich mir, okay, dann die Prime Pro X in dem Frosted, was auch sehr, sehr schön aussieht. Sehr, sehr schön. Die simple Rauchsäule ist wunderschön. Die Base ist schön geformt. Der Schlauchanschluss sieht gut aus. Der Teller ist... Das Design gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Durch die Bank weg. Sehr, sehr schönes Design. Aber wie gesagt, das ist immer ein persönliches Ding. Da kann ich euch nur kurz meine ganz subjektive Meinung zu erzählen. Das Einzige, was mir beim Design nicht super gut gefällt, aber wo ich verstehe, warum es so ist, ist das Stimulation Purge Control System, das wir hier haben. Wie gesagt, auf die Funktion gehen wir gleich nochmal ein. Aber ihr habt halt hier nochmal diesen kleinen Knubbel. Und erst dachte ich mir so, hm, irgendwie dieser Knubbel da über der Base, das sieht nicht so super geil aus. Dann habe ich gelernt, was die Funktion von diesem Knubbel ist. Und dann war ich so, okay, wenn ich damit das machen kann, dann ist dieser Knubbel absolut in Ordnung für mich. Was der macht, kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was kann denn dieser Knubbel dann? Der Knubbel, oder wie man es richtig nennt, das Stimulation Purge Control, sorgt dafür, dass ihr während dem Rauchen umstellen könnt, wie die Pfeife entlüftet. Und zwar gibt es da drei verschiedene Einstellungen. Einmal die, die ich jetzt habe. Ich zeige euch die einfach mal. Wenn ihr das Ganze nach links dreht, habt ihr das Purge Control auf nach unten entlüften eingestellt. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch noch komplett nach rechts drehen. Dann entlüftet die Pfeife nach oben. Auch sehr, sehr nice. Ich muss sagen, bis jetzt mein Favorit auf jeden Fall nach unten entlüften. Das hat man bei noch nicht so vielen Pfeifen, dass sie schön über die Base und die Bowl hier den Rauch nach unten weglaufen lassen. Finde ich sehr nice. Aber ihr könnt das Ganze auch noch mittig stellen und dann entlüftet ihr in beide Richtungen, was auch sehr, sehr geil ist. Ich muss aber sagen, dass meine Favoriten komplett links und komplett rechts sind. Also komplett nach oben und komplett nach unten. Wobei mein absoluter Favorit, wo die Pfeife zu 80% drauf läuft, ist nach unten. Aber das ohne einen Umbau einfach so flexibel anpassen zu können, ist schon extrem geil. Ja, also das Purge Control System für mich nicht nur eine nette Spielerei, sondern definitiv auch ein cooles Feature, was einen Mehrwert bietet bei der Pfeife. Und auch zum Beispiel das ging natürlich nicht so easy bei der Pro X, weil man da natürlich einen Kompromiss finden musste in der Base. Und die Base von Stimulation ist halt ein bisschen filigraner. Dadurch, dass sie hier in das 360-Grad-Klick-System reinpassen musste, konnte man bei der Pro X nicht ein super fancy Entlüftungssystem einbauen. Aber bei der Prime Pro X haben wir es jetzt dank dem Purge Control System mit dabei. Das letzte Feature, das die Stimulation Prime Pro X noch dabei hat, was auch schon bei der Pro X dabei war, ist das Airflow System. Und zwar habt ihr hier im Schlauchanschluss die Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Das heißt, ihr seht da ein paar Rillen und ihr könnt durch das Drehen am Schlauchanschluss selbst einstellen, wie viel Durchzug ihr haben wollt. Was ein sehr, sehr nice Feature für bestimmt einige Leute ist. Ich persönlich muss sagen, bei mir lief die Pfeife in 99% der Fälle oder eigentlich immer, außer ich wollte das gerade testen, auf der Maximumeinstellung. Aber da kommen wir dann gleich im Rauchverhalten noch mal drauf. Für die Leute, die das haben wollen, für die Leute, die das interessiert, ein sehr nice Feature. Es ist einfach dabei. Haben ist besser als brauchen. Und ihr habt es eben bei der Pfeife dabei. Ja, und ich würde sagen, wir kommen auch einfach direkt als nächstes zum Rauchverhalten. Bei der Pro X war der Durchzug okay. Er war gut, aber er war nicht krass. Und das heißt, wenn Leute gesagt haben, ja, ich suche eine Vierschlauchpfeife, die einen sehr, sehr guten Durchzug hat, musste ich meistens eher sagen, dann ist wahrscheinlich eher Aeon euer Ding. Aber bei der Prime Pro X ändert sich, dass der Durchzug ist hervorragend gut. Auf einer Skala von 0, gar kein Durchzug, bis 10, wie atmen, würde ich die Pro X bei einer 8, 8,5 einstufen. Und das, obwohl ich jetzt Noppenkontakt slash Vollkontakt mit HMD direkt auf dem Tabak gebaut habe, was meistens dafür sorgt, dass der Durchzug ein bisschen schlechter wird. Aber der Durchzug ist immer noch hervorragend gut und genau so, wie ich das haben will. Es fühlt sich sehr, sehr wertig an. Euer Anzug ist sehr direkt. Ihr habt definitiv nicht das Gefühl, dass hier irgendwo Luft zieht oder so. Und natürlich ist die Pfeife auch komplett dicht. Das Rauchverhalten ist ein Traum. Ich kann es nicht anders zusammenfassen. Für mich das perfekte Rauchverhalten. Genau so muss sich eine Pfeife beim Rauchen anfühlen. So ist das, wie ich das will. Klar, Rauchverhalten ist auch immer ein bisschen subjektiv. Es gibt Leute, die wollen Durchzug wie atmen. Es gibt Leute, die wollen Durchzug, wo man noch ordentlich an der Pfeife ziehen muss. Wie gesagt, die Prime Pro X für mich so eine 8, vielleicht eine 8,5 von 0 bis 10. Was man im Rauchverhalten auch noch erwähnen muss, die Pfeife hat natürlich auch einen verstellbaren Diffusor, den man über mehrere Stufen verstellen kann. Das heißt, alles von komplett offen. Das heißt, die Pfeife blubbert ordentlich bis hin zu die Pfeife ist relativ leise. Kann man sich das einstellen, wie man möchte. Ich finde aber, ich habe die jetzt gerade zum Beispiel auf komplett offenem Diffusor. Das heißt, die maximale Diffusorleistung. Also die Pfeife ist so leise, wie geht. Finde ich den Diffusor immer noch nicht überkrass. Also da ging meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr. Aber sie ist angenehm leise, sodass man ganz locker und entspannt nebenbei einen Film gucken kann, ohne dass die Pfeife nervt. Ja, abschließendes Fazit, Leute. Die Prime Pro X. Wie gesagt, alles, was ich von der Pro X wollte, was die Pro X aber nicht sein konnte. Eine etwas kleinere Pfeife, eine Einschlauchpfeife und ein schönes Entlüftungssystem haben wir dabei. Im Vergleich zu der Pro X auch 100 Euro günstiger. Klar, es ist weniger Material, es sind weniger Bohrungen, die Fertigung geht ein wenig schneller. Also kann man die auch ein bisschen günstiger verkaufen. 279 Euro ist natürlich immer noch nicht wenig Geld. Es ist definitiv viel Geld für eine Pfeife, die ohne Zubehör kommt. Aber man bekommt eben auch eine Pfeife, die in Deutschland gefertigt wurde, die hervorragende Qualität bietet, die nice Feature mit dabei hat und wenn ihr die pflegt, euch ewig hält. Also da kann man sich definitiv sicher sein. Das heißt, ja, 279 Euro sind immer noch nicht wenig Geld, aber die Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall. Seit die Prime Pro X bei mir daheim ist, eine meiner meistgerauchten Pfeifen. Ich greife super, super oft zu ihr in den Livestreams. Übrigens im Moment Livestreams immer Dienstags, Mittwoch, Donnerstags und Sonntagsabends. Meistens so gegen 8 Uhr. Schaut da sehr gerne mal vorbei. In den Livestreams hätte ich super, super oft auf jeden Fall zu dieser Pfeife gegriffen. Konnte sie euch aber bis jetzt leider noch nicht zeigen. Da war natürlich die Absprache, dass die erst ab dem und dem Tag gezeigt werden darf. Da musste ich mich natürlich dran halten. Wäre diese Abmachung nicht da gewesen, ich verspreche euch, ich hätte sie schon sehr, sehr oft in den Streams geraucht. Ihr hättet sie sehr oft in meinen Storys gesehen. Immer, wenn ich nicht gerade eine Story machen musste, aber eine Pfeife rauchen wollte, habe ich sehr oft zu der Prime Pro X gegriffen. Und das, obwohl ich sehr viele Pfeifen mittlerweile daheim habe. Ich denke, das sagt schon genug. Wie gesagt, die Prime Pro X, für mich persönlich sogar die bessere Pro X, wenn ihr natürlich eine Mehrstoffpfeife braucht und Co., dann wahrscheinlich eher die Pro X. aber für mich eine hervorragend gute Pfeife geworden, die ich absolut weiterempfehlen kann. Sehr überzeugt, sehr geiles Ding. Ich freue mich drauf, was bei Stimulation noch so kommt. Ich hoffe, dass euch dieses Review gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst sehr, sehr gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Wie gesagt, Vielen Dank.